Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 7. Mai. Und wir wollen uns heute im Sinne der anstehenden Parlamentswahlen, beziehungsweise eben der heute stattfindenden Parlamentswahlen in Great Britain, in Großbritannien, dem britischen Fund mal wieder zuwenden. Warum auch nicht? Das Währungsplan entwickelte sich unlängst ja sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr flott. Und ja, hier sollte man durchaus mal drauf schauen, was es denn jetzt hier noch für weiter ableitende Tendenzen denn unter den, beziehungsweise für den weiteren Tagesverlauf denn hier so gibt. Rein technisch gesehen, wie gesagt, das frittische Fund ja unlängst sehr stark angestiegen. Das sehen wir auch hier, wenn wir uns mal in den Tagesschart begeben. Tagesschartintervall, diesen sehr, sehr dynamischen Aufwärtslauf seit Mitte April gesehen. Und wir sahen auch hier, das Hoch mündete in einen überkauften Status beim RSI-Oszillator in der Periodeneinstellung 14 hier auf Tagesbasis. Und zwischen der Widerstandszone um 1,5385 und hier vor dieser kleinen Widerstandszone um 1,5520 stoppte der Impuls. Es gab hier einen kleinen Tiefschlag direkt im Anschluss hier am 1. Mai. Und jetzt hat sich das Währungspaar mehr oder weniger wieder versucht, hier zu stabilisieren. Interessant dabei, gerade mit Blick auf den Tagesschart, schauen Sie, wenn ich ein Stück weit rauszoome und hier auf diese Trendlinie gehe, sicher, es ist nur in Anführungszeichen eine Trendlinie und hier keinesfalls über zu gewichten. Aber wir sehen hier den Rücklauf, den Pullback an eben diese und den Absprung hier seit Wochenbeginn von dieser Linie. Und jetzt kommt es eben mal darauf an, wie es weitergeht. Das Währungspaar heute ist sicherlich eben da ein Stück weit politisch beeinflusst. Man muss warten, bis die offiziellen Endergebnisse dann tatsächlich auch bekannt sind. Wir haben hier ansonsten aus Great Britain heute sonst nichts zu erwarten. Also nicht 10.30 Uhr irgendwelche Newsflashes oder 10.30 Uhr irgendwelche anderen Konjunkturdaten. Das steht alles heute aus. Aber rein technisch gesehen erweckt das britische Fund ein durchaus interessantes Bild. Wollen wir es aber jetzt nochmal einfangen hier auf Tagesbasis. Es könnte im Zuge, je nachdem wie die Wahl wieder aufgenommen wird, da kann man ja auch wieder nur mutmaßen, ging ja auch da schon hier um die Abspaltung Schottlands und dergleichen, da kann man nur mutmaßen, wie das der Markt letztlich aufnimmt. Aber rein tendenziell, wenn es Rücksetzer geben sollte, wäre hier in diesem Bereich über 1.50, 1.50, 30, rund 1.50, 20, eine sehr, sehr schöne Supportzone. A haben wir hier immer noch diese dann als nach wie vor Pullback zu fungierende Trendlinie. Das könnte ja dann praktisch ein zweiter Pullback sein an dieses Level, von dem aus das Paar durchstarten könnte. Oder aber, wenn wir uns hier bereits festigen und jetzt wieder nach oben ziehen, und das sollte eigentlich schon bei Preisen oberhalb des gestern Regentageshochs 1.52,91 der Fall sein, wenn wir darüber rausschießen, dann spricht viel dafür, dass wir hier direkt diesen Widerstand im Bereich um 1.55, 30 dann doch noch ansteuern, ohne hier jetzt nochmal einen vorherigen Rücksetzer zu machen. Also ein neues Tageshof beim britischen Fund könnte hier vielversprechend wirken, hingegen eben ein Tief, auch wenn wir insbesondere unter das gestrige Tagestief gehen, dann hier durchaus nochmal einen Rücksetzer hier in Richtung 1.50 veranlassen könnte. Aber genau in diesem Level, da scheint es eben durchaus interessant im Sinne einer möglichen Comeback-Bewegung zu werden. Dann nämlich hier im Sinne eines weiteren Pullbacks, dass das Währungspaar hier nach oben auftritt. Schauen wir uns mal das Ganze jetzt im Stundenschader an. Wir sehen hier die leichte Euphorie der letzten Tage hier wieder zurückkommen, während des heutigen Intraday-Verlaufs. Wir hatten einen relativ ruhigen Nachthandel in der Japan-Session, sind hier allerdings unter den Pivot-Points zurückgefallen, 1.52, 28 heute. Das ist natürlich unschön. Unterhalb dieses Levels bleibt das britische Fund dahingehend in einem leicht schwierigen Fahrwasser für Long-Engagements. Aber wenn es denn hier dazu kommt, dass wir nach oben ausbrechen, gerade im Stundenschader-Intervall, können wir jetzt mal hier auch eine schräge Trennlinie ziehen vom Hoch des gestrigen Abends, beziehungsweise vom gestrigen Nachmittag, das 16 Uhr hoch, hier dieser Kerze, kurzfristiger Abwärtstrend. Hier zwei Auflagepunkte während des heutigen Handels. Das sieht so gesehen gar nicht mal schlecht aus. Und wenn es jetzt dazu kommt, dass der Markt eben hier nach oben rausziehen sollte, rausziehen kann, dann wäre das sicherlich ein bullisches Signal und dürfte dann mit Etablierung über dem Pivot-Point und über 1.52, 50 dann hier eben für weiter anziehende Notierung sorgen. Das britische Fund selber hat hier von der Tagesrange heute gerade mal 55 Pips zurückgelegt. Das ist übersichtlich, so will ich es mal ausdrücken. Rein technisch haben wir hier Potenzial in Richtung 130, 140 Pips. Und das heißt, da kommt heute sicherlich noch was. Wenn wir allerdings unter dem Pivot-Point bleiben, hier eher in Richtung neuer Tagestiefs tendieren, dann sehen wir hier sehr schön Support-Bereich im Stundenschader-Intervall hier anhand des Pivot-Punktes auch, aber auch hier anhand einer Horizontal-Unterstützung bei 1.51, 65. Das wäre zunächst mal das erste Kursziel bei weiterer Schwäche. Und dann können wir das Ganze nach unten noch ausdehnen. Da bietet sich auch wieder das Support-Level 2 anhand des heutigen Pivot-Punktes. Und da kommt das Ganze hier auch mit dem Tief vom 5. Schrägstrich 4. Mai zusammen. Und da hat man hier dann durchaus eine sehr, sehr relevante Zone, die hier als nächstes Ziellevel dient, sofern wir eben nach unten wegkippen. Warten wir mal ab, was der Tag noch bringt letztlich. Jetzt habe ich hier leider einen kleinen Bug mit der Wochentag-Statistik und habe es jetzt nicht unbedingt im Kopf. Nichtsdestotrotz, wir wollen mal sehen, was der Tag heute noch bringt. Die Marken sind genannt. Neues Tageshoch, hier Ausbruch wäre bullisch. Hingegen, wenn wir hier nochmal zurücksetzen und insbesondere das Level von 1,51,65 unterschreiten, diese originale Unterstützung, dann dürfte man wohl hier durchaus nochmal bis zu 70,80 Pips Rückschlagspotenzial erwarten. British Fund, US-Dollar, Cable, definitiv heute mal ein Blick wert. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg beim heutigen Trading, Anlegen, Handeln, aber auch auf Tagesbasis, wie gesagt, das britische Fund im Auge behalten. Insbesondere hier im Big Picture, achten Sie mal hier auf das Level von 1,53,85. Liegt hier im Prinzip in der goldenen Mitte. Da sind wir eben knapp unter den Hochs der Vortage gescheitert. Wenn wir hier rausgehen auf Wochenbasis, dann haben wir hier auch ein zyklisches Kaufsignal. Aber so weit ist es noch nicht. Warten wir daher mal ab, was uns der Tag noch beschert. Ich sage danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen jetzt, wie gesagt, einen erfolgreichen Tag. Und wenn Sie mögen, hören wir uns nachher im JFD Live Trading TV wieder oder spätestens morgen. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer.